Reagier nicht drauf, komm, komm, geh zu einer linken Seite hin, wo ich bin. Ich hab gedacht, es regnet jetzt. Die große Wolke. Ich hab gedacht, es würde regnen. Es ist rechts kein Regen, es ist ein Nebel oder was? Scheiße, ey. Da ist dahinter ausgestiegen. Wir dürfen uns nicht sehen, kommt dann wieder näher hin. Da ist dahinter ausgestiegen. Unsere Freunde hat das Licht ausgebaut. Unsere Freunde hat das Licht ausgebaut, da es nicht gesehen wird. Mit Recht. Was ihr von der Scheißautofahrer auf der Straße händen gesehen? Zur Freude. Du musst das Licht ausbauen, zur Freude. Zu zweiter Händensocke sehen und aufgenommen von der Scheißautofahrer auf der Straße. Guck mal, wie schön das ist. Es wird die Welt aufgenommen von dem Scheißautofahrer auf der Straße. Und die Wörter ausgespannt. Du musst dir deswegen das Licht auswachen, so Freunde, ja? Oha, was ich ganz nicht gern? Aber ruhig. Guck mal, der ist sofort so weit so beim Mond. Bei dem Mond ist er sofort so. Das Speck, das Steffspecker von Steffspecker ist ganz da neben dem Mond. Aber so ein bisschen, guck mal, so ein bisschen, so. Ganz da ist er selber im Mond. Steffspecker ist ganz da neben dem Mond. Pass auf, der ist auch. Das Auto ist da hinten aus. Das Auto ist da hinten aus. Das Auto ist da hinten aus. Das Auto ist gestiegen. Gut. Der ist weg. Ah! Der ist weggefahren. Der steht da hinten nicht mehr. Hier laufen Tiere rum. Wölfe. Nein. Ich sehe keine Person. Das waren Tiere. Und dann war es der Fuchs wieder. Da sucht Futter in den Mülltonnen. Da hinten sind die Mülltonnen. Bei einem großen Grillplatz. Bei einem Grillplatz in den großen Mülltonnen. Das sind Mülltonnen. Da sucht der Fuchs Futter. Oder ein Monster ist hier. Scheiße, ich hab mal so ein Monster. Da ist der Speaker, siehst du? Ich hab den. Der kommt jetzt raus. Wo ist der? Der Autofahrer ist weggefahren. Oh Gott sei Dank. Ich sehe da kein Auto mehr stehen. Das ist weg. Richtig. Ist der weg? Nein, der ist weggefahren. Ich hab ihn weggefahren gehört Mama. Was? Der ist weggefahren. Das hat er gesucht. Ich hab ihn mit dem Druck mit der Polizei. Wir sollen ihn mit unserer Freundin in Ruhe lassen. Besser. Und das war jetzt ein Fuchs gewesen. Bei einem Mülltonnen da hinten. Das ist Futter. Mama, hast du gehört? Bei einem großen Grillplatz. Bei einem großen Grillplatz. Bei einem großen Grillplatz. Bei einem großen Grillplatz ist ein Mülltonnen. Mit Futter. Mit Essensreste. Da sucht der Fuchs Futter. bei einem großen Grillplatz und bei einem Comic ganz groß das kann uns keiner nachweisen, das Video habe ich gelöscht nur der Mond das kletzt von Reizehaufsehe, ich komme an, es geht heute los, habe ich doch gesagt, es geht heute schönes Wochenende und mit Stabestudels der Stein mit der Bombe, es war ein Spruch gewesen er darf aus Dortmund Sprüche loslassen, der KBF braucht es ohne, und wir dürfen es nicht, er sagt auch schlimmere Sprüche als ich, komm ja, ich sag noch leicht, die Sprüche mit dem Krimsort von Jade Amor, die Sprüche immer ich mach den nicht nach, ich bezeichne alles, was hier, Krimsort Jade Amor, wenn der Mond gewesen wäre als Krimsort Jade Amor ist auch scheiße, der Stern dieser, dieser Spießbraten, Stern, Spiegel, mein Scherz der Mond ist niemals sowas, der Stern auch nicht Männer sind es die Leute hier, alle Krimsort Jade Amor, der Autofahrer, weil er unsere Freunde nicht nur wohl lassen und sagen wir nicht nur wohl lassen und die Nachbarn dürfen unter uns laut sein nachts und wir nicht, wir haben auch mal nachts laut wenn andere Leute nachts um die Uhrzeit laut sind, wie der Autofahrer da hinten, der scheiß Spanner und die Nachbarn unter uns, Kurt und Franzosen, was es sind, nachts laut sind, dann dürfen wir auch nicht laut sein ha, haben wir genauso Vorteile wie die hier und hier 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 So foxy. Mama, kommst du bitte. Mama. Der hat nur einer seiner Rolle runtergezogen, weil es kalt zu kalt ist anscheinend. Ist nichts. Für keine nervenden Leute. Für so Jet Ammonmonsterleute. Hier. Der Monstermond. Was denn? Kannst du gucken, wo der Fuchs ist? Ich hab wirklich... Das war wirklich ein Fuchs gewesen. Das war kein Mensch. Ich hab gesagt, das war ein Mensch. Hä? Nee, das war der Fuchs. Wo der ist, danke. Was sagt der Ferrybox? Kennst du dich? Ey, kennst du das? Die schnitt war zur Fox ab. Ist ja einer unten. Am besten, wo die Leute uns aufnehmen sollten. Datenschutzhof. Was jubelig und auch damals gesagt. Die Türken mal erwähnten. Das Auto dahinten, schon wieder. Ich hab's gewusst. Der hat sich versteckt. Guck mal, das... Ich sag das wieder dazu. Datenschutz. Deine Datenschutzverletzung. Machen sie. Ich bin ohne. Nein, das haben die Jugendlichen damals auch gesagt. Die Jugendlichen letztes Jahr. Scheiß Kinder. Mauer, ja? Ja. Wenn die sagen, dürfen wir auch sagen. Datenschutzverletzung. Datenschutz. Die haben nur Datenschutz gesagt, richtig? Ja. Genau. Dieser komische Noel aus der Stadt da. Wie der heißt. Oder Joel. Genau. Ist Amerikaner, wenn er dabei war. Amerikaner. Ey, macht er jetzt von uns eine Wiederaufnahme? Aber mich sieht er gar nicht so dunkel. Haha. Der weiß noch nicht woher. Haha. Wenn er eine Nachtsichtkamera hat, dann sieht er nicht. Nö. Da steht ein Baum davor. Kann er sowieso nicht. Haha. Da steht ein Baum davor. Da ist ein Loser da hinten auf dem Badplatz. Auf der Straße. Loser. Loser. Loser trottelt da hinten auf der Straße. Datenschutz. Datenschutz. Mann. Ich kann auch mal wieder Krimseldaujadambo sagen. Wie alle Leute hier auch sind. Alle Leute sind ja auch so. Wie Krimseldaujadambo. 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 Ich bin ja auch so. Nee. Ich bin die Perl. Missbau. Black Tiger. Noch fieser. Spielhune. Klaue alles hier. Mann Scherz. Bantang glaube ich. Mäste der schon das zweite Bantang. Laos Bantang. Wo Jadambo spielt. Krimseldaujadambo mitspielt. Krimseldaujadambo mitspielt. Krimseldaujadambo mitspielt. Wie geht das bitte hier Laos? Mh mhm. Ich muss... Ich muss...